Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es weitere Squad-Bending-Challenge und zwar die allerersten Retro-Top-Partien. Meister der Challenges mit Clubs aus einigen der letztjährigen Top-Duelle und zwar ist die SPC 6 Tage verbleibend, das kennen wir. Als Gruppenreward bekommen wir ein seltenes Elektro-Spieler-Pack, also ein 30k-Set. Und ihr wisst ja Bescheid, warum die Top-Partien sonst aussetzen, wegen dem Coronavirus. Normale Fußballspiele können ja momentan nicht stattfinden, also hat es hier eher gedacht, genauso ähnlich wie auch bei den Team of the Week Moments, die sie jetzt rausgehauen haben. Ja, dass wir auch quasi deren Flashback zu den alten Top-Partien haben, zu den alten Top-Duellen und da wollen wir uns heute gemeinsam drüber kümmern. Heute insgesamt schon der dritte Upload des heutigen Tages. Eben haben wir uns, links davon könnt ihr sehen, um die Florian Thauvin SPC gekümmert. Falls ihr das Video verpasst habt, könnt ihr es gerne oben rechts oder am Ende des Videos abchecken. Ja, und falls ihr generell feiert, dass ich immer täglich euch mit den SPCs auf dem Laufenden halte, dann könnt ihr gerne das Video supporten. Mit einem Daumen nach oben, 300 Likes gebe ich heute wieder als Ziel raus. Nach oben ist natürlich wieder keine Grenze gesetzt. Wäre nice, weil es so schnell wie wir wirklich voll machen könnten. Ihr könnt natürlich gerne auf jeden Fall, falls ihr noch gar kein Abo dagelassen habt, auch das gerne machen auf kostenfreier Basis. So verpasst ihr dann generell keinen frischen 19 Uhr Content mehr. Und so wie es aussieht, ist es zu 99% sicher, dass es morgen Food Birthday Content gibt. Insofern, ja, das schon mal dazu. Kleine Information, wahrscheinlich ist auf Twitch der Armin gerade online, wenn dieses Video hier online geht. Und ich werde im Chat aktiv sein. Also, falls ihr Fragen habt, kommt gerne einfach mal rum bei Twitch. Würde uns auf jeden Fall auch da extrem freuen. Damit würde ich sagen, starten wir rein in die Retro-Top-Partie in SPC. Und die können wir gerne natürlich in die Kommentare schreiben, je nachdem, ob ihr eure Sets für morgen aufbewahrt oder jetzt schon heute öffnet. Ob ihr Packlack hattet, ja oder nein. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren, was ihr in den Sets drin hattet. Wir haben vier SPCs wieder am Start natürlich. Und wir haben zum einen eine japanische Partie am Start. Iwata gegen Igrampus. Dann haben wir New England gegen New York Red Bull. Dann haben wir Inter gegen AS Rom. Und Manchester United gegen Manchester City. Von den Packs her sieht es so aus, als ob wir ein Jumbo Premium Gold Pack hier zurückbekommen. Dann ein Goldspieler Pack. Ein Premium Goldspieler Pack. Und ein Prime Elektrospieler Pack. Also insgesamt schon mal richtig geile Packs, die wir hier zurückbekommen. Und jetzt liegt es an euch, ob ihr die heute schon aufmacht. Oder halt wie gesagt, morgen, wenn dann sehr wahrscheinlich der Football-Stay-Content losgeht. Also, wir gehen rein. Und zwar in die erste Squad-Binning-Challenge. Starten mit den Voraussetzungen, die wie folgt aussehen. Wir müssen einen J1-Spieler abgeben. Also einen aus der japanischen Liga mindestens ein. Dann haben wir Spieler mit der Sets, mindestens drei. Wissen wir da auf jeden Fall auch Bescheid. Also mindestens. Das ist keine Maximalbegrenzung. Ganz, ganz wichtig. Selten mindestens ein. Teamwerferung nur eine 75. Dann Teamschwingen mindestens ebenfalls 75. 85 haben wir erreicht. Alle Lösungen, die ich euch heute wieder zeige, wisst ihr Bescheid. Könnt ihr eins zu eins nachbauen, wenn ihr Lust und Laune habt. Und falls ihr das machen wollt, gehen wir kurz natürlich auch die Namen wieder durch. Also, Cels ist am Start. Für 500 Münzen habe ich den geholt. 600 Münzen Mexe. Dann haben wir Abdelhamid für 55. 3,50 Traorea hat er mich gekostet. Romau, Erstbesitzer tauschbar. Dann Sankaré, 400 Münzen. 350 Münzen Lasne. Morita, dann haben wir den als seltenen Spieler hier am Start. Einen seltenen brauchen wir ja. 500 dann Blass. Und dann Side im Sturm für 500 Münzen. Und Godosh ebenfalls 500 Münzen. Also, einfach Low-Rated Goldkarten nehmen. Und dann ist das Ganze überhaupt gar kein Problem. Schaut, dass einer selten am Start ist. Und entweder halt der Japaner, den ihr da benutzt. Und dann, ja, keine Ahnung, halt. Ihr könnt das ja auch hier switchen einmal. Es ist ja komplett egal. Hauptsache, ihr kommt auf die Team-Schmie. Das ist halt, wie gesagt, hier ganz, ganz wichtig. Jomo Premium Goldpack bekommen wir da auf jeden Fall schon mal zurück. Die Sets machen wir. Aber das kennt ihr von uns. Jede Woche Donnerstag natürlich. Zusammen, am Ende, gemeinsam auf. Ja, und dann gehen wir direkt schon zu New England gegen New York Red Bulls. Also, insgesamt muss ich sagen, diese Top-Partien auf jeden Fall diese Woche wieder ganz, ganz entspannt. Ganz, ganz easy. Kurz zu den Bedingungen. MLS. Mindestens drei Spieler. Ihr seht, ich habe schon so ein MLS-Dreieck hier gebildet auf der linken Seite. Spieler aus der selben Liga maximal fünf. Also, da ist jetzt eine Maximalbegrenzung am Start. Ganz, ganz wichtig. Selten mindestens dann zwei. Wir haben vier benutzt. Kein Problem. 77er Rating. Das haben wir auch punktgenau erreicht. Dann brauchen wir eine Team-Schwingie. Wieder von nur mindestens 75. 86 haben wir jetzt hier erreicht. Anzahl der Spieler im Team sind elf. Und auch hier könnt ihr das Ganze wieder eins zu eins nachbauen. Also, ich habe ein Dreieck gebildet. Das empfehle ich euch auch einfach, Dreieck zu bilden. Hier aus MLS-Spielern. Alle drei sind sogar Gold. Perfekt. Also, auf der rechten Seite bin ich dann auch wieder, wie eben, in die Ligue 1 gegangen. Und habe mir da meine Spieler hingestellt, sodass die gut zu einer Linken können. Zwei Monaco-Spieler mit grünen Links. Zwei Franzosen mit grünen Links. Dass die Chemie auf jeden Fall schön oben bleibt. Und dann hatten wir die drei Slots hier noch frei. Und da habe ich mich dann ganz entspannt für die türkische Liga entschieden. Weil ich halt hier diese drei aus der türkischen Liga am Start hatte. Und es hat Rating-mäßig sowohl als auch Team-Chemie-mäßig gereicht. Also, das dazu. Was für Namen haben die? Ihr drückt auf Leertaste, falls ihr die Namen braucht. Ihr seht, für was habe ich sie gekauft. Sind die tradable? Sind sie untradable? Und so weiter und so fort. Ja, und insgesamt, wie gesagt, simple Squad-Bilding-Challenges. Ihr müsst wieder nur das simple Prinzip dieser SPC verstehen. Das heißt, ob ihr auf der rechten Seite Bundesliga-Goldkarten habt. Oder, keine Ahnung, spanische Goldkarten habt. Das ist natürlich komplett egal. Das ist hier jetzt nur noch ein Beispiel. Und wenn ihr das gleiche Prinzip-mäßig einfach 1 zu 1 anwendet, dann kommt ihr auch zu der Lösung. Und dann könnt ihr auch ganz entspannt diese SPC abschließen. So, zweites Set. Also, heute geht es, glaube ich, ganz, ganz schnell, wie wir durchkommen. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. Inter gegen AS Rom. Dritte Top-Party in SPC oder Retro-Top-Party in SPC. Was müssen wir abgeben? Inter-Bailand oder Rom-Spieler mindestens ein. Serie A mindestens 3. Okay, das heißt, wir haben jetzt die 11 abgegeben. Ihr seht es, wir sind einfach in der Serie A geblieben. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ist komplett egal. Sonst nimmt einfach wieder 3 aus der Serie A, bildet ein Dreieck. Und den Rest bildet ihr dann mit einer Liga, die ihr halt dann voll machen wollt. Ich bin in der Serie A geblieben, ist für mich überhaupt kein Problem. Vereine mindestens 3, 8 haben wir insgesamt abgegeben. Selten mindestens 3, 7 haben wir abgegeben. Team-Gesamtwertung ist hier eine 79, also jetzt ein bisschen höher vom Rating. Aber auch von der Teamschmie bei 80, 94 haben wir jetzt hier erreicht. Und wir geben folgende Spiele ab. Im Tor steht ein ZM, Deron, Untradable für mich, Demiral, 800 Münzen, dann Enculo und so weiter und so fort. Ihr seht die Namen, drückt auf Leertaste, wenn ihr den Namen braucht. Und ja, ihr seht hier, für was ich die gerult habe, beziehungsweise ob sie Untradable sind oder nicht. Ich tente auf jeden Fall das auch wieder easygoing Prime Electro-Spieler-Pack, quasi for free. Einfacher geht es eigentlich gar nicht, gefühlt. Und dann haben wir noch das Manchester Derby vor uns. Manchester United gegen Manchester City. Und was müssen wir da abgeben? Ja, ihr habt es vielleicht auch schon gesehen. Ein 80er gerateten Squad diesmal. Ein 80er gerateten Squad. Manchester United-Spieler oder Manchester City-Spieler mindestens einen. Das ist in meinem Fall jetzt hier der James, den ich da benutzt habe. Dann Premier League-Spieler mindestens 3. Auch hier bin ich jetzt einfach wieder in Premier League drin geblieben. Sonst benutzt zum Beispiel auf der rechten oder linken Seite einfach hier 3 Spieler. RV, ZM und RF. Und dann könnt ihr da komplett hier auf der linken Seite zum Beispiel in eine ganz andere Liga gehen. Spieler mit der selben Nationalität maximal 5. Wir haben 5 benutzt. Selten mindestens 3. Wir haben 8 benutzt. Rating-mäßig, Punkt genau 80. Und die Team-Spieler muss 85 sein mindestens. Also da mal plus 5 drauf. 99 hier jetzt erreicht. Ja, und ich habe mir für insgesamt 1,5 Henderson noch geholt. Jetzt fürs Rating. Und für 2,5 den Pickford. Das ist das Einzige, was ich an Coins so wirklich jetzt noch ausgeben musste. Den Rest hatte ich im Verein. NDD ist für mich ein Trayble. Gebe ich gerne als 84 ab fürs Rating. Und dann haben wir hier die folgenden Spieler, die wir abgeben. Ihr seht kurz die Namen und so weiter und so fort. Ich habe wie gesagt kein Problem damit. 84er und 83er, die sind sowieso nicht so teuer. Gerade 83er. Insofern kauft da gerne die 1 oder 2 Positionen, die euch vielleicht fehlen, dann einfach separat nach. Und damit ist dann diese SPC auch ready to go. Die ist fertig. Und dann haben wir jetzt insgesamt 5 Sets, die wir öffnen können. Retro Top-Party in SPC, damit abgeschlossen. Also das ist schon mal perfekt. Kurz mal den Screenshot für das Thumbnail machen. Für die Schrift. Und ja, einfach nice. Schreibt mir in die Kommentare, was habt ihr gezogen. Hattet ihr Pack-Lack, ja oder nein? Oder schreibt mir rein in die Kommentare. Ne, Sets werde ich auf jeden Fall bis morgen aufsparen. Und gucken, ob dann Food-Burstag-Karten und welche. Hier vor allen Dingen dann rauskommen. Schreibt es mir gerne rein. Und damit, ja, würde ich sagen, packen wir das ganze Ding hier an. Ein seltener Gold-Spieler-Pack drin. Und so, was ich gehört habe, ist, dass die Team-of-the-Week-Momente-Karten keine Pack-Animation haben. Das ist das, was ich gehört habe. Das heißt, sobald das Pack geskippt wird, ja, es sieht so aus, als würde das Pack halt direkt skippen. Und das ist ein richtig geiles Set hier. Ein reines Spielerset. Klar, nur ein seltener, aber so, so viele Spieler, da könnt ihr eigentlich nur Profit mitmachen mit diesem Set übrigens. Ihr seht, das ist wirklich, was hier für Spieler am Start sind. Hier jetzt hier mit Aurier, einer, der relativ gut linkbar ist. Und dann hier mit einem Yang. Hier haben wir jetzt, ja, der leider nicht. Aber hier wieder ein Premier League-Spieler. Also, ich gehe die gleich Off-Cam alle durch. Aber ihr seht, falls ihr einen seht, der an Coins was bringt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dass ich das nicht übersehe. Kann auch oft passieren. Ne, aber wie gesagt, generell, das war auf jeden Fall gerade eben ein nice Set. Spieler-Packs, reine Spieler-Packs, immer top. Gerade dann für SBCs, die dann weiter natürlich die Tage kommen, habt ihr direkt dann Spieler wieder, die ihr benutzen könnt. Muss Lehrer. Als türkischen Torhüter. Eben haben wir einen anderen türkischen Torhüter benutzt. Und wieder aber hier ein Rechtsverteidiger diesmal. Wieder ein argentinischer Comebol-Spieler da am Start. Muriel bekommen wir zurück. Und wieder ein reines Spieler-Pack. Wieder ein reines Spieler-Pack. Mal gucken. Was machen wir jetzt auf? Jumbo-Premi-Gold-Pack. Komm schon. Sieben seltene. Geile Camp-Styles. Verbrauchsobjekte im Allgemeinen. Oder der Walk-Out. Das ist hier die Frage. Das ist hier die Frage, Jungs. Aber bis jetzt sieht es nicht gut aus. Höfe, das ist am Start mit Varela. Und so weiter und so fort. Alles Sachen, die ich schön hier wieder verkomme. Oh, Enkos am Start. Nice. Ist aber auch nicht mehr das teuerste. Pro-League und so weiter und so fort. Ich ball erst mal alles im Verein. Der Rest kommt auf die Transferliste. Und dann mal gucken, was ich mich später damit dann anstelle. So. Prime-Elektro-Spieler-Pack und dann das 30-K-Set. Komm schon hier. Ist das Wanderer Walk-Out? Ah, leider nicht. Leider nein. Leider nein. Es wird ZD in Frankreich. Und Bakayoko. Eben zwei Monaco-Spieler abgegeben. Mit Slimani und Fabregas. Spina-Sola. Aber ihr seht es. Guck mal. Selbst AS-Rom-Spieler nicht gestiegen durch die Top-Partien. Also das sind wirklich günstige Top-Partien. Übrigens Zardes hier jetzt am Start. Auch noch. Packen wir erstmal alles rein in den Verein. Und der Rest ab auf die Transferliste. So. Was haben wir im 30-K-Set? Wir werden es herausfinden. In drei. In zwei. In eins. Abfahrt. Komm schon. Yay. Zeig uns den Wand-Oder-Walk-Out. Zeig uns. Komm schon. Ist das Wand? Das ist Wand-Oder-Walk-Out. Jawohl. Come on. Ah. Es wird nur Wand. Aber es wird immer... Oh. Spanien. Kommt. 85er. Jo. Es ist 85er, oder? 85er, Audrey? Let's go, Jungs. Nice. Also das ist das, was du sehen willst, wenn du keinen Walk-Out oder Wand siehst. Den 85er immerhin. Und das ist doch schon mal kein schlechter. Außer ein gutes 30-K-Set jetzt nochmal zum Ende in dieses Videos. Das gewählt mir schon mal richtig gut. Oh. Richtig gutes Set. Richtig. Oh. Richtig gutes Set, Jungs. Richtig gutes Set. Und der bringt anscheinend seine 14.000, 15.000 Münzen. Also, den biete ich mal an für 14.000 Münzen. Mal gucken, ob er rausgeht. Sonst hier gute Spieler und vor allen Dingen gute Silberspieler noch am Ende hier dran. Jetzt hier mit Baba. Ah. Nur 1.000. Leider habe ich ein bisschen mehr erhofft. Joa. Ja gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Gut. Und der Rest kommt auf die Transferliste. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch heute auch wieder gefallen. Mit den Top-Partien. Diesmal die Retro-Top-Partien. Ja, die jetzt die nächsten Wochen erstmal anstehen. Ich hoffe, ihr seid dann mit ab Start. Wenn es wieder heißt, Retro-Top-Partien kommen um die Ecke. Oder natürlich morgen dann zur Food Birthday Promo. Also insofern, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Tschüss. Untertitelung. BR 2018